Ich könnte mal, so langsam, komme ich doch ins Verlangen, Tränke zu verwenden. Das war ein Geschicklichkeitstrank. Warum dachte ich die ganze Zeit, ich habe mehrere Speedtränke dabei? So, wer weiß, was die hier alles mit dem Spiel anrichten, deswegen wird nochmal abgespeichert. Und jetzt gibt es den Mad-Sprint. Wobei, Kadar gibt es natürlich auch noch, um Schriften zu erwerben. Ganz vergessen. So richtig reagiert auch keiner darauf, dass wir Söldner geworden sind von den anderen Lagern. Eigentlich schade, ne? Es gibt ja zum Beispiel diesen Dialog von Lee in Gothic 2, wo er nochmal anmerkt, dass... Das machen mehrere, die dann anmerken, ach du hast dich dieser Gilde angeschlossen. Das hätte ich gerne öfter oder auch gerne mal in Gothic 1 gehabt. Aber auch nicht nur von den Hauptcharakteren, sondern auch mal von anderen. So ganz normalen, mit irgendwelchen, mit denen man sich schon mal vorher unterhalten musste. Vielleicht auch Leute, die einen dann deswegen nicht leiden können oder so. So ein bisschen Vorurteile sprennen. Dann nicht mehr mit dir handeln oder so. Da ging ein Söldner Park, handel ich nicht. Es wird ja Leute geben, die diese Permatränke verkaufen. Und dann bestimmt nur Gerüchte. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das Leute machen, aber... Ich nicht. Ich ziehe mir... So auch diese permanenten Pflanzen, weiß ich. Wenn ich auf Stärke gehe und dann noch irgendwie... Goblin, Goblinbeere dabei habe, dann esse ich die halt. Wo ich sie verkaufe. Und nicht in Alchemie umwandle. Ich schmeiße auch keine Attributspunkte weg. Bin ich wahnsinnig. Nee, nee. Das mache ich nicht. Wo wollte ich hin? Ich bin einfach gerade ausgerannt wie so ein... Pferd mit Scheuklappen. Kann doch nicht wahr sein. Von dem Weg hätte ich ja noch gleich laufen können. Jetzt gehe ich den Weg ja doch doppelt. Da denkst du, du bist mal ein bisschen ökonomisch unterwegs. Scheißt einfach komplett rein. Ich fand den Spruch so super. Ich glaube, der war sogar von Sammy. Das ist auch für mich die sechste Stunde. Ach. War toll. Es gibt auch Leute, die diese Tränke einfach nicht mehr in der Tat sehen. Ja, das bin ich. Also einen Stärke-Trank hätte ich gesehen. Hoffe ich. Nicht, dass ich jetzt noch einen dabei habe. Was soll ich sagen? Ups. Ja. Scheiße. Danke für den subtilen Hinweis. Ach, Mann. Wie kann der nur alles schief gehen? Falsche Wege, falsche Tränke. Quests vergessen. Ich habe nämlich schon wieder vergessen mit Kronos zu reden. Ich habe die Belohnung jetzt sehr viel später erst abgeholt. Wo bist du eigentlich? Da liest du jetzt oben was. Jetzt steht er nämlich oben erst. So war das doch. Ich musste immer so einen Aufwand betreiben, um den zu finden. hallo ich verwette mich jetzt nicht drauf ich renne lieber hier unten nochmal lang weil hier unten steht glaube ich ein buchständer gott sei dank auch einmal nicht dumm angestellt ich weiß ich weiß von wem du redest mag es ja von mir ist schon lange her kann mich an den namen nicht mehr erinnern was ist eigentlich mit läster wollte er nicht hilfe holen verstärkung er wollte verstärkung holen was machst du denn hier die alte mine wurde nach einem wassereinbruch verschüttet die feuer magie und tot mir egal hat sie ermorden lassen das wieder hinzuwiegen nicht einfach ich habe die jäger und melden vor dem alten lager getroffen sie wollen sich mit ihrer treffen an eurem üblichen treffpunkt aber auch zeit ich werde noch etwas bleiben die alten bücher zu studieren ich verstehe nicht meister iberion sagte immer der schüler versucht die dinge mit händen und füßen zu bewegen der meister bewegt die dinge mit der kraft seiner gedanken schon gut ich hab's verstanden also pass auf dich auf ich danke dir ich werde mich jetzt wieder auf den weg machen der schläfer möge dich behüten wenn ich blöde hat die hälfte vom dialog keinen sinn gemacht aber als letzter sagte wurde auch zeit ich glaube so energisch erinnert man ihn nie wieder danach hat er nur kopfschmerzen oder braut sumpfkraut an braut an so rum so und noch mal zurück zu den wasser magian ich glaube ich habe alles beisammen naja ich zuerst zu xadas ich muss zuerst zu xadas ne ich kann jetzt die mine noch nicht befreien dann wie gehe ich da am besten macht von ihnen vielleicht dann schon am meisten sinn sumpf und wassermagier sind quasi genau die falschen ecken der kolonie um dahin zu kommen ich glaube ich glaube er noch von hier was sei es bestimmt zu einem anderen lager übergelaufen der witz hat sich gehalten da fragt sich auch keiner und wen bringen sie dann am ende um die die nicht das lager verlassen alle verlassen das lager alles verräter wen bringen sie um die feuer magier weil sie sagen nein hör doch mal auf wo ist eigentlich korka lomme also bestimmt zum alten lager übergelaufen das ist sie der von hier komme ich auch ins auggebiet oder ist das das kastell das ist das kastell hier muss ich noch nicht hin das ist noch andere wege gute wege da ist ein versunkener turm ich weiß nicht ob ich so easy durchs komplette Orkgebiet komme mit der söldner klinge eigentlich schon ich versuche immer runter zu springen oder ist das wasser da zu flach wenn ich noch nicht mehr hast rein hast rein gelandet das brauche starke arme um sich so vor dem eintauchen abzufangen ich hoffe ich kann daraus mein eigenes gothic meme machen damit hat sich keiner hat keiner gerechnet das zu hören Weil das zwar nicht mit Lester passiert, sondern eine Barriere gang und gäbe war. Zum anderen Lager überzulaufen? Es läuft auch nie einer über. Das sagen nur alle Leute. Nur weil mal jemand 5 Minuten nicht da ist. Wenn du jemanden nicht findest, ist er übergelaufen. Also Witz. Passiert eigentlich nicht. Redet zumindest keiner von. Ach guck mal, da habe ich den Turm noch schon gesehen. War doch tatsächlich der beste Weg. Ja, von der Lauer her meine ich. Es wird... Niemand läuft irgendwo hinüber, oder? Gibt es irgendeinen Verräter? Nö. Es wird nie einer erwähnt. Wieso? Das sind ja auch so... So viele unterschiedliche Einstellungen, die die Lager vertreten. Ich glaube nicht, dass jemand sagt, ich möchte die Freiheit, ich gehe ins neue Lager. Und dann sagt, ach jetzt möchte ich doch wieder reich werden. Ja, steck weg. Ich habe mich noch gar nicht damit auseinandergesetzt, wie viel in 200% wir jetzt haben. Bei dem ersten Teach-Level waren es nur 5. Und das geht ja nun doch ein bisschen flotter als 10. Ich glaube, man kommt hier nicht auf 100. Kann es sein? Ich glaube, 50 ist dann das Maximum, oder was? Und ich brauche jetzt vor allem wieder den Hammer. Den wir auch mit zwei Händen führen. Das bringt nur leider nichts. Es wäre schön, wenn ich den jetzt trotzdem mit den Zweihand-Kampf-Animationen führen könnte. Ich gebe das auf! Ich frage mich nicht, womit das zusammenhängt. Dass ich manchmal Sachen nicht aufheben kann. Laufangriffe funktionieren irgendwie. Hau mich nicht weg! Und was sind die vom neuen Lager? Die waren doch vorher auch alle im alten Lager. Genau wie die vom Sumpf-Lager. So wie das die, die man beim Überlaufen geholfen hat. Ja, das sind Bundler. Die sind ja mehr zwangsmäßig da. Die haben sich noch nicht entschieden. Das würde ich nicht als Überlaufen nehmen, aber ich verstehe auch deinen Gedankengang. Ich kann ihn tolerieren. Ein rostiger Einhänder, Mensch. Und gleich wieder draufgehauen auf die Wunde. So, ich lege mal wieder eine gute Waffe an hier. Oh ja, mal. Ich habe auch mal wieder Mana aufzufüllen. Besten Dank auch. Und nochmal drüber gespeichert. Der sieht irgendwie so clean aus, ne? Sah der schon nicht mal so aus. Ich habe die alle so wie in Gothic 2 zu Erinnerung. Was ist mit dem rostigen Holzknüppel? Was ist mit dem rostigen Rostknüppel? Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon, der haut nochmal was raus. Kriege ich das Herz? Nee, doch. Und jetzt Melia-Magie noch hinzu. Wo habe ich denn den Kugelblitz? Ich habe doch welchen gekauft. Ach, da ist er ja. Sieht irgendwie so aus wie so ein Eiszauber. Auf der Schriftrolle. Auf dem Papier sieht es aus wie ein Eiszauber. Was ist mit ihm? Er ist ja noch nicht los. Oh, da ist er sogar geschockt. Direkt in Schockstarre gefallen. Ja, wo wird es gehen? Dann quatsch noch mit dem Dämon. Und der wird wahrscheinlich richtig scheußlich aus in dem Remake, habe ich gehört, ne? Da gibt es ja so tolle Screens. Ach ja, die wäre eigentlich eine Leiter, habe ich gehört. Also bei dem Tier-Screenshot ist es mir wirklich schlicht geworden beim Remake. Jetzt haben wir hier, oh, ich sehe den permanenten Trank. Der hat so ein schönes Dreieck vorne auf der Flasche. Ich muss mal gleich testen, weil ich ja zum Beispiel einen Stalker habe. Ich habe ja auch einen storyrelevanten NPC erschossen. Was würde denn jetzt passieren, wenn ich mich direkt mit gezogener Waffe dem Dämon näher, schafft er das, mich vorher anzuquatschen? Nee. Achso, er dreht sich um deswegen, ja. Oh, das war eine Schleich-Animation, ich habe es gar nicht gelernt. Spielfehler. Wie kommst du in meinen Kopf? Du bist was? Der Diener deines Herrn? Du erscheinst mir eher wie eine Kreatur der Hölle. Ich soll schweigen. Ich muss mit deinem Meister sprechen. Ich? Unwürdig? Was für ein Test? Ah, ich verstehe. Wer dein Meister sprechen will, muss sich würdig erweisen. Moment, wie war das? Der Beweis? Sieg über was? Sieg über die Elemente. Stein. Eis. Feuer. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Ich finde es irgendwie komisch, dass ein Dämon mit mir redet. Über Telepathie. Und dass das nicht konsequent durchgezogen wurde. Es wäre doch cool, wenn die Dämonen, die man zum Beispiel in... Oder auch im Schläfertempel, die ganze Reihe lang bekämpft. Wenn die dann auch irgendeinen mentalen Effekt auf mich hätten. Weißt auch, so viel wie Gothic 2 Besessenheit oder so. Irgendwie sowas. Auch wenn das jetzt keinen großen Unterschirm machen würde, aber mit der Fähigkeit müssen die doch auch irgendwas Schädliches machen können. Oder hat das nur dieser eine Dämon, weil er von Xardas beschworen wurde? Dann sag mir das. Das ist jetzt nicht wichtig für den Spielverlauf, aber es würde mich einfach interessieren. Ich brauche Details. Von wem auch sonst? Ist dieses Herz eines Eis-Golems ein Beweis? Ein würdiger Beweis. Ich habe den Stein liegen lassen. Scheiße. Die Dualität. Der zweite Beweis. Einer bleibt noch? Ich gehe nochmal hoch. Sterblicher wäre ich? Ich gehe ja schon. Vergessen kann ich gut. Ich weiß gar nicht, wie viele YouTube-Folgen von Let's Plays bei mir jetzt schon Vergessen im Namen haben. Obwohl, die letzte war glaube ich schon ein Eins. Irgendwo. Und das war auch eine der ersten Folgen mit. Ich habe schon wieder was vergessen oder so. Aber Gott sei Dank liegt er noch da. Die spawner nicht so schnell, wenn sie noch Loot drin haben. Ja, Gott sei Dank. Den einfachsten Golem liegen lassen. So, Dämon, du kriegst auch dein Steinherz. Frisst er die eigentlich? Oder legt er die einfach beiseite? Macht er denn da mit? Oder habe ich die noch? Nee, das steht gegeben. Ich bin würdig. Wenn das so ist, dann wünsche ich jetzt einen Meister zu sprechen. Gegenbeweis. Was für einen Gegenbeweis? Eine Rune. Eine Rune für mich. Nun, dann nehme ich die Rune der Teleportation als Zeichen der Würde an mich. Ich würde gerne eine andere Gesprächsoption haben. Wer wäre ich? Ich gehe ja schon. Dann nehme ich. Keine Ahnung. Dein Herz als Zeichen der Würde an mich. So, einmal hoch da. Mit der Nummer 8. Ich habe vorhin noch gesagt, ich habe den permanenten Trank gesehen. Ich habe ihn anscheinend auch getrunken. Ja, ist schon ausgerüstet. Gut, gut, jetzt hoch da. Da sind wir. Schauen wir mal, was drin ist. Erstmal einfache Tränke. Und noch mehr einfache Tränke. Ja gut, die werde ich auch brauchen. Ich will das nicht mehr mit runem Fleisch machen müssen. Das ist schon sowieso sehr gut. Hier kommt nämlich jetzt noch eine Leiter. Ich erinnere mich. Ein Bett hatte der nie, war? Gut, der fängt auch im Schläfertempel genug. Wäre eine Scheiße, wenn die mal aus Versehen, wenn er irgendwie sich an der Leiter stößt und die Leiter umkippt. Ja gut, die kann nicht weit kippen. Was ja trotzdem witzig, wenn die, keine Ahnung, irgendein Skelett, die nach unten wegziehen würde oder so. Stimmt, Statuetten und Schreine gab es ja hier noch gar nicht. Ich bin das irgendwie schon so gewohnt aus Gothic 2, dass hier ein B-Status steht. Wer wagt es, meine Studien zu unterbrechen? Mein Name ist... Ich will deinen Namen nicht wissen. Er ist unwichtig. Okay. Wichtig ist nur, dass du der Erste seit vielen Jahren bist, der meine Golem-Rätsel gelöst hat. Wer war der Letzte? Wahrscheinlich ein Magier, war es wahrscheinlich zu kompliziert gedacht jetzt. Oder ist ja die Frage sogar. Gab es andere Besucher? Nicht viele. Und als sie mir lästig wurden, machten sie Bekanntschaft mit einem meiner höheren Wesen. Du bist wohl gerne ungestört, was? Nicht viele. Das müssen doch eigentlich sehr, wenigstens mächtigere Personen sein. Du kommst ja nicht einfach so durchs Orggebiet. Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wundert mich nicht sonderlich. Diesen dummen barbarischen Schlechtern in der Burg allen voran Gomez war noch nie zu trauen. Coristo und die anderen Magier haben sich ihren Henker selbst gewählt, als sie Gomez damals halfen, die Macht an sich zu reißen. Wie soll das denn ausgesehen haben? Ich glaube, die haben nur dafür gesorgt, dass es wenigstens ein Oberhaupt gibt. Weil wenn die sich zerstreiten würden, dann bringt ja am Ende keiner mehr das Herz nach draußen. Also das ist die einzige Interpretation, die für mich logisch ist. Ich glaube nicht, dass die Feuermagier Gomez gut fanden. Das war halt das schnellstmögliche Übel, was man wehren konnte, sozusagen, um den Erzschluss wieder aufrecht zu erhalten. Der sogenannte Schläfer soll ein übler Erzdämon sein. Hat mir keiner gesagt. Ich habe die Wissenschaft im Sumpf herausgefunden. Die Wassermagier glauben nun, dass wir alle in der Kolonie in großer Gefahr seien. Die Gefahr ist größer als irgendjemand innerhalb der Barriere erahnen kann. Saturas schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe. Die Wassermagier wollen ihren großen Erzhaufen. Der Erzhaufen ist nicht die Lösung. Nein? Nein. Wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt. Vergiss den großen Erzhaufen. Seine Energie wird die Barriere nicht sprengen können. Hätten Coristo und Saturas in den letzten Jahren weniger Zeit für ihre törichten und eitlen Streitereien verschwindet, dann wüssten sie jetzt vielleicht auch das, was ich weiß. Was denn? Keiner der zwölf Magier von damals scheint sich je gefragt zu haben, warum die Erschaffung der Barriere außer Kontrolle geriet und sie diese riesigen Ausmaße annahm. Hast du es herausgefunden? Eins ist auf jeden Fall klar. Die Antwort liegt tief unter der Stadt der Orks. Die Stadt der Orks? Die Orks sind nicht etwa wie viele glauben Tiere. Ihre Kultur reicht fast ebenso weit zurück wie die der Menschen. Vor vielen hundert Jahren beschwörten fünf Orks-Schamanen einen uralten Erzdämonen, um ihrem Clan die Macht zu verleihen, ihre Feinde zu vernichten. War dieser Erzdämon der Schläfer? Diesen Namen gaben ihm die Orks erst viel später. Doch warum sie das taten und warum sie heute vor diesem Überwesen in Furcht erzittern, werde ich dir nicht erzählen. Ach du Urschak, das? Warum nicht? Ich glaube, du könntest der... Nein. Um mir ganz sicher zu sein, musst du noch eine weitere Aufgabe lösen. Was für eine Aufgabe? Hör gut zu. Die Orks haben einen ihrer Schamanen aus ihrer Stadt verbannt. Warum haben sie ihn verbannt? Das konnte der sterbende Ork-Krieger, der von einem meiner Dämonen befragt wurde, nicht mehr von sich geben. So ein Ork-Verhör hätte ich echt gerne gesehen. Das klingt eigentlich sehr interessant. Aber das wäre sehr detailaufwendig, glaube ich. Was hat dieser Ork-Schamane mit meiner Aufgabe zu tun? Er wird dir den fehlenden Teil der Geschichte über den Schläfer erzählen. Ein Ork-Schamane wird sich wohl kaum mit mir unterhalten. Willst du nun meine Hilfe oder willst du sie nicht? Doch schon, aber... Dann stelle meine Worte nie wieder in Frage. Suche den Schamanen. Er ist nicht gut, auf seine Brüder in der Ork-Stadt zu sprechen. Also wird er dir vielleicht zuhören, bevor er dich zu einer lebenden Fackel macht. Sehr beruhigend. Das hat also keine Lust, sich großartig zu erklären. Wo hält sich dieser Verbannte auf? Gehe zum alten Kastell, östlich von hier. Es ist nicht zu übersehen, denn es steht auf dem Gipfel eines hohen Berges, der schon von Weitem zu sehen ist. Kann man es so einfach betreten? Es wird zwar noch altes Kastell genannt, aber genau genommen stehen da nur noch die Grundmauern. Es ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Ruine. Ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen. Mein Diener hat dir ja bereits eine Teleportationsruhne für das Pentagramm einen Stock tiefer gegeben. Damit sollte es kein Problem für dich sein, wieder hierher zurückzukehren. Und man muss sich vor Augen halten, in der freien Mine werden gerade bleisig Schürfe abgestochen. Ich suche magisches Wissen. Was haben wir denn hier eigentlich? Unbote vernichten als Rune? Das ist schon nicht schlecht eigentlich. Magier gibt hier am Ende auch wieder gut was her. Aber ich finde es immer so affig. Ich frage mich, kriegt man es eigentlich hier in Vollmagier zu spielen? Wenn du richtig viel Erz hast, musst du so viel in Schriftrollen investieren, die du die ganze Zeit benutzt. Ich finde es immer blöd, wenn du dann am Ende in der Feuermagierrobe immer da mit einem Einhänder und einem Bogen umstehst. Die kannst du zwar ablegen, aber die Kampftalente sind ja schon gesetzt. Ich muss mich hier raus teleportieren, ne? Ohne Akrobatik schaffe ich es auch oben vom Turm nicht runter. Warum habe ich denn die Leiter genommen? Aber ich kann sowieso aus dem Sumpfgut Richtung Kastell sprinten, glaube ich. Das mache ich auch sofort. Nur mein Sprint-Schnäpschen. Wo ist es denn? Da. Wie die sich immer wieder auffüllen, ne? Es sind irgendwie unendlich auch fünf. So, hier gab es ja mal Probleme mit dem Untergrund. Da erlaube ich mir mal zu springen. Dass man... ...Koanga auch nicht weiter informieren kann oder sowas mit dem Erzdemon ist, ne? Ich weiß zwar nicht, woher man die Information hat, dass er es... ...auf einmal ein Erzdemon sein soll. Aber man kann hier mit keinem weiter darüber interagieren. Irgendwie scheinen hier alle... ...sich nicht weiter für das Schicksal der Kolonie oder ihren Schläfer zu interessieren. Vielleicht werden sie auch schon alle wahnsinnig. Sie suchen mich schon. Sie wissen nun nicht, dass sie mich suchen. So, gleich wieder am Borgfriedhof. Zumindest an der Brücke darüber. Der muss ich gar nicht lang. Ich muss noch eins weiter hoch rechts. Ist was, rede ich schon wieder vor mich hin. Lurk-Nachrichten sollte man bestenfalls auch abschicken. Hast du gesagt, dass du kurz im Lurk bist und sind sie abgeschickt, oder? Dann viel Spaß im Lurk-Footcoin. Habe ich was verpasst? Ne, ich war bei Xardas. Ja. Ich war kurz bei Xardas. Ich gehe auch langsam ins Bett. Viel Spaß euch noch, Max. Vielen Dank für deinen langen Lurk heute. Es war mir eine große Freude, dass du so lange mit dabei warst. Ich wünsche eine genehme Nacht und bis zum nächsten Mal. Du streamst morgen, glaube ich, ne? Dann sehen wir uns bei dir im Chat. Wenn es denn dazu kommt. Und da haben wir das Kastell. Oh Gott, ich dachte kurz, ich kann unter der Brücke durchrennen. Ohrks wird gespeichert. Und dann werden sie verschlagen. Ortjäger jagen einen Schamanen. Die müssen doch selber wissen, dass das nichts werden kann. Die werden doch wohl selber wissen, dass sie ihre Schamanen drauf haben. Und dann werden sie auch noch mit dem Schamanen drauf haben. So. Jäger Hallas, hieß er wahrscheinlich, hat den Rückzug gedeckt. Ich verstehe. Also mit Klettern haben wir es nicht so? Ja, natürlich nicht. Ja, Klettern hat sich hier irgendwie erledigt. Fragt mich nicht, wieso. Ich weiß nicht, ob da oben noch was ist. Bestimmt. Sonst gäbe es doch keinen Grund, da hochzuklettern, oder? Ja, bis morgen. Vielleicht noch ein bisschen mit jemandem erzählen gleich. Ah, okay. Dann, äh, ich wünsche dir trotzdem schon mal eine gute Nacht. Und, äh, falls du noch telefonierst, äh, beste Problemlösungsvorschläge oder so. Irgendwie sowas. Wer bist du? Name Urshak, sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schamane. Woher kannst du unsere Sprache? Urshak gewesen Sklave bei Menschen in Wiener. Sein gelaufen weg. Sein viele Winter her. Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf in Kessel darüber. Kessel ist ja eigentlich keine passende Beschreibung für... ...dieser runder Aufbau vor der Mine. Also, das ist mir irgendwie zu metaphorisch das Wort für den Wortschatz des Orkes. Aber ich, äh, das ist wirklich meckern auf sehr hohem Niveau, glaube ich. Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urshak, gefallen in Ungnade. Haben beschmutzt Ehrfurcht vor Kluschak. Glauben, Kluschak sein böser Dämon. Ich dachte, das wüsste ich schon. Menschen sagen, schlafen. Du meinst Schläfer? Ja, Menschen sagen, Schläfer. Was weißt du über den Schläfer? Fünf Brüder sein gewesen. Sein viele Winter vorher waren Söhne von Geist, wie Urshak. Fünf Schamanen also. Haben gerufen, Kluschak. Haben besiegen wollen, Clan von Feind. Fünf Brüder von Damans. Haben gebaut Tempel in Erde für Kluschak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben, mit Unter der Orkstadt. Also, ist doch eigentlich egal, ob es ein Tempel ist oder einfach rein da. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von Damans. Haben gegeben Herz für Kluschak. Aber Kluschak gewesen böse. Kluschak verfluchen alle die Bauten. Tempel, Brüder und Herz. Nun sein Tod und lebendig. Sein Beides. Kluschak haben Herz von Brüdern. Herz sein Kraft für Kluschak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Kluschak verfluchen alle. Auch die gewesenen Arbeiter seien allen Tod und lebendig. Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen? Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten, Kluschak. Kluschak bekommt Opfer. Damit nicht werden böse. Kluschak Opfer finden falsch. Haben gesagt, Kluschak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen, Kluschak geht. Brüder schlagen Kluschak. Urschak sagt Dank zu Fremder. Fremder retten, Urschak. Aber Eingang von Tempel in Heimat. Urschak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat. Seien sehr stark. Brüder seien sehr viele. Fremder nicht gehen. Viele Krieger. Fremder sterben. Andere Söhne von Geist in Heimat. Machen fremde Feuer. Dann fremde sterben. Da gibt es auch einen tollen Song von Jorgenson. Zu Brüder in Heimat. Auf Synthwave Basis. Gefällt mir sehr gut. Okay, okay. Aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Urschak keinen Weg. Fremder tragen Ulu Mulu. Ulu Mulu? Was ist ein Ulu Mulu? Seien Standard der Freundschaft. Ich glaube, in meiner Jugend war das der von mir am häufigst zitierte Satz aus dem Gothic-Universum. Wenn Fremder haben Ulu Mulu, dann Fremder nicht sterben. Der hat mir früher sehr gut gefallen. Er ist immer noch toll, aber ich benutze ihn nicht mehr so häufig. Wo bekomme ich ein solches Ulu Mulu her? Fremder gehen zu Freund von Urschak. Freund von Urschak geben Ulu Mulu. Fremder tragen Ulu Mulu, dann Fremder nicht sterben. Ja, ja, das mit dem nicht sterben habe ich verstanden. Aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urschak seien in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urschak. Freund damals gewesen krank. Der ist immer noch krank. Warst du in der freien Mine gefangen? Urschak gefangen in Mine und der Dorf in Gäste. Das haben wir doch schon geklärt. Urschak glauben, Menschen nennen so. Danke für deine Hilfe. Urschak danken Fremder. Fremder retten Urschak. Fremder nur Freund von Urschak. Freund nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urschak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwaran. Urschak nicht können den Heimat. Urschak nun hier wohnen. Vorkommen bebraucht Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. Ja, das mit dem nicht sterben habe ich verstanden. Auch schön, stimmt. Ich finde es auch schön, wie man hört aus den Voicelines von Urschak schon seine Trauer und seine Verzweiflung raus. Und dass das einfach derselbe Sprecher wie vom Lüsen einzählen ist, natürlich mit Stimmverzerrer. Ich glaube, es muss sehr viel Spaß gemacht haben, diese Gothic 1 und 2 Orcs einzusprechen. Ich finde es auch schön, wie man hört aus den Voicelines von Urschak schon seine Verzweiflung rauskommt. Und das ist auch schön, wie man hört aus den Voicelines von Urschak schon seine Verzweiflung rauskommt. Und das ist auch schön, wie man hört aus den Voicelines von Urschak schon seine Verzweiflung rauskommt.